Hier ist Tommy vom www.voltermotor.biz mit ganz tollen Neuigkeiten. In Kürze bei uns am Lager der Cargo Volt Mini in 25 kmh Homologation. Ihr könnt jetzt bereits vorbestellen, einfach über das Kontaktformular www.voltermotor.biz und wäre toll, wenn ihr dem Video ein Like gebt und den Kanal abonniert, dann verpasst ihr keine Neuigkeiten. Bis dann, ciao Tommy.